Eine einzige Ausdrucksform reichte Oskar Schlemmer nicht aus, um seine künstlerische Vision umzusetzen. Er schuf Gemälde, Grafiken und Skulpturen, entwickelte aber auch Bühnenbilder, Kostüme und Choreografien für Tanz und Theater. Sein innovatives Gesamtwerk machte ihn zu einem der bedeutendsten und einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Das Gemälde Bauhaustreppe aus dem Jahr 1932 gilt heute als Schlemmers wichtigstes Werk. Als Vorbild diente ihm das Treppenhaus des Dessauer Bauhausgebäudes, in dem er viele Jahre gelehrt hatte. So modern und strukturiert wie die Architektur ist auch Schlemmers Bildsprache mit klaren Linien und gedeckten Farben. Fast alle Menschen gehen auf der Treppe nach oben und sind in der Rückenansicht oder von der Seite zu sehen. Nach unten bewegen sich nur eine Person in der rechten oberen Ecke sowie eine Figur am linken Bildrand, die über der Treppe zu schweben scheint. Dieses Gemälde war nicht nur ein Bekenntnis Schlemmers zur Moderne, sondern auch ein politisches Statement. Mit diesem Werk setzte er dem Bauhaus ein bildnerisches Denkmal und protestierte auf diese Weise gegen die Schließung der avantgardistischen Kunstschule durch die Nationalsozialisten. Seit 1933 gehört Oskar Schlemmers Schlüsselwerk zur Sammlung des Museum of Modern Art in New York. Diese hochwertige Edition auf Künstlerleinwand ist auf 499 Exemplare limitiert und exklusiv bei Ars Mundi erhältlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017